Das ist halt wirklich einfach... Warum habe ich jetzt auf einmal 39? Hoppla, vielleicht habe ich ein paar viele Körpermodule. Ups. Können wir mal für die Arme gehen, damit ich die Waffe verbessern kann dann noch. Oh Mann, was nur mir passieren kann. Erstmal zu viel sammeln. Aber vielleicht kann man auch nicht einfach zu viel haben. So, dann haben wir jetzt ein Brustmodul. Ausdauerverbrauch minus 10%. Und wir sehen wunderhübsch aus. Weniger Ausdauerverbrauch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal für die Waffenmodule. Hui. Weil die Waffe ist wirklich derzeit noch sehr scheiße. Das ist unglaublich. Aber das überlegen wir auch noch Dark Souls 2 zu hören, aber von dem was ich in Erinnerung habe, war das nicht so toll. Dark Souls 2 ist meiner Meinung nach das beste Dark Souls. Das hat halt bloß Dinge anders gemacht, aber... Da haben wir ja schon das Problem, ne? Veränderungen in Videospielen, da kommen Leute ja nicht zurecht damit. Es kann sich eine Invictor-Studie erlauben, Veränderungen zu machen. Ekelhaft. Ich muss ehrlich sagen, die Finisher sind schon brutal aus. Ah, jetzt sehe ich da. Sechs Stück haben wir jetzt. Aha. Dann sieht es aus, als würden die Waffen immer einen rechten Arm halten, Alters. So, jetzt haben wir 9. Ja, jetzt sehe ich das auch. Oh mein Gott. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Habe ich mir mal sagen lassen. Aber hey, die Anzeige ist auch fucking mini, Alter. Sobald ich das sehen würde. Hauptsache, unser Waffenlevel ist jetzt schon... Einhand ist jetzt schon auf Level 4 oder so. Hallo. Aufwerten. Da. So. Nice. Ich habe eine bessere Waffe. Ich lagere noch schnell das Alt-Metal. Ne, das ist lagern. Okay. Wollen wir sagen, gehen wir mal weiter. Ja, ja. Schau mal, wie jetzt der Damage ist. Ah, eindeutig besser. Okay. Sehr besser. Damn. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir bräuchten nochmal Arm-Implantate auf jeden Fall. Schuck. Ne, rechter Arm. Ne. Ah, linker Arm ist frei. Sein Bein. Sein Bein ist aber bedeckt. Aua. Arschloch. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht töte. Flüch. Fleisch. Warum hab ich gerade ein Gegner? Ach, da drin ist ja wirklich ein Gegner. Hi. Äh, gib mal dein Bein her. Ich hab gehört, du brauchst dein Bein nicht mehr. Latsch. Danke. Vor allem da steht einmal, ne? Aber warum steht da einmal? Ach, war ich... Hä? Kann das nicht ausrüsten. Okay. Seltsam. Hm. Au. Ja, da zeigt mir schon den Zaubertrick. Der kommt schon zu mir. Ben. Hallo? Hat nichts fallen lassen. Was soll das denn? Huch. Hat mich das denn nicht getroffen. Ich muss alles sagen, der Damage ist auf jeden Fall besser. Warum müssen die auf einmal nichts mehr fallen? Das ist dumm. Fühle ich die ganze Zeit die falschen Körperteile an, wie hier. Huch. Okay. Huch. Platsch. dieses schaut mal einmal weg so hallo hier liegt schon einer links stand 2, ich nehme es zurück warum jetzt mein charakter 5 jahre gebraucht hat zum zuschlagen ich habe sexy panties gut, das ist ein labyrinth of a frame ne, das war galeria war nicht dasselbe, war nicht nur anders die frage ist, möchte ich einfach so weiter gehen ja, warum nicht, wir sind schon dabei gucken wir uns noch ein bisschen kopf in die Duhle ok, oder wir töten ihn dann einfach, weil uns die energie verdreht hat neuestes implantat erhalten ich habe das freileiter immer dein bein dann geh mal dein bein her, du pirat ich muss ehrlich sagen das körperteile abtrennen, macht schon spaß was für eine surprise, hier ist etwas geht nicht, ok diese tür kann momentan nicht geöffnet werden schande, da oben liegt was die tür könnte man hacken hackerman du hast keinen Körper also kein Körpermodul gut, dass man invincibility frames hat während man das macht hast du ein kopfmodul, du hast ein kopfmodul ok, ich mache eindeutig zu viel schaden für den kopf da braucht schon ein kopfmodul, oder? ja, finde ich auch ok, wie komme ich da hoch? das ist jetzt eher die Frage von da oben ok 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 hacken wir mal die tür hier hier kann momentan nicht geöffnet werden hm 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 gab es eigentlich eine Sprungtaste? anscheinend nicht da kommen wir auch nicht lang das Fass ist ein bisschen stabil hm 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 morg w Saud m die map wir sind da naja ok hier danke operation area station elevator train station ok ich tue einfach mal so selbst verstanden da liegt jemand ein bisschen viel altmetall cool ist aber auch dass es so ein multiplikator gibt quasi ok kann das an und ausschalten i see da unten sind noch mehr gegner oh du hast einen arm tja wie sagt man so schön lieber arm ab als arm dran dann warte mir das nicht mal nach man ich muss ehrlich sagen diese wir gerade sagen die die dunklen gebiete sind schon ein bisschen dunkel ein bisschen energiegewinnung vertragen ich glaub hier 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 Oha Hi, who the fuck are you, Alter? Ich werde habe Boah, ist das dunkel hier drin, ey Ich sehe nicht mal, ob hier noch mehr Gegner sind Ich weiß nicht mal, ob ich gerade richtig laufe oder so Alter, wenn man sich bewegt, ist das ja noch schlimmer Okay Okay, hier ist der Typ, der Hilfe braucht, ja, ja Hier geht es auch noch runter Äh, da unten nicht gut, okay Help me Ja, wenn ich ein Modul finde, um dich zu befreien, dann komme ich vorbei Hier geht es auch noch lang Hier ist Schrott Äh, ich sehe nichts Also, falls ihr kaum was sehen könnt, keine Sorge, mir geht es genauso Ich sehe auch fast gar nichts Da unten geht es lang, I guess Äh, ich habe nichts Hi Junge, ich bin gerade erst angekommen, tschüss mal Äh, hier ist scheinbar irgendwas zum interagieren Neue Nachricht Und sind Beweise in die Hände gefallen, die Edna Kahner, Angestellte 776910 Mit den Morden durch das als Liberator bekannte Individuum in Verbindung bringen Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er vorsätzlich seinen Neuralink manipuliert hat Und so die GPS-Ortung ausschalten konnte Aus diesem Grund kann sein Standpunkt nicht von CreoNet ermittelt werden Solange er nicht gefasst ist, stellt er eine ernstzunehmende Bedrohung für die Belegschaft Und, falls das jemals diese Einrichtung verlässt, für Krios Image dar Wir müssen uns schnell und leise um die Angelegenheit kümmern Schnell und leise vor allem Hm, wo kommen wir denn hier hin? Vielleicht zu einem Ort, wo es nicht so dunkel ist Ich nehme es zurück, hier ist immer noch fucking dunkel, ey Sorry, Kumpel So einfach mache ich das nicht Okay, hier ist eine Tür, die zu ist Okay, da ist sie Jetzt haben wir eine Treppe nach unten Unten ist nämlich noch ein Audiolog Ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei Wir hatten mehrere Unfälle in diesem Sektor Wir müssen ihn dicht machen und Stück für Stück auseinandernehmen Ich weiß, was du sagen wirst Aber wir hatten Glück, als wir die letzten Vorfälle unter den Teppich kehren konnten Wir können nicht weiter auf dieses Glück setzen Ich weiß, dass sich niemand für die Malocher hier unten interessiert Aber das wird sich ändern, wenn die Medien davon Wind kriegen oder schlimmer Die Aufsichtsbehörde Und so haben wir bemerkt, dass die Firma vielleicht doch nicht so ganz gut ist Alter, vielleicht ist, oh mein Gott Vielleicht ist es einfach Vielleicht hat Nijisanchi Dessert gespielt Und dachte sie so, hey, gutes Firmenwissen Dieses machen, aber Ich nehme es zurück Da würde man einmal einen richtig schlechten Joke machen Das Spiel so, nee Äh, Shortcuts? Shortcuts, okay Nicht, wonach ich gesucht habe, aber okay Wie viele Türen es hier gibt, die man nicht aufmachen kann, ne? Krass Okay, aber Wir müssen nochmal zurück, wo es dunkel ist Warum habe ich gerade einen Gegner gehört? Äh Ich kann nämlich nochmal zurückgehen, da war nämlich noch eine Tür Und eigentlich müsste ich zurück zum Mad Bay, weil ich habe verdammt viel Scrap und so Aber YOLO Ich habe noch drei Heilungen, also ich bin alt, ich sollte fein sein Wir könnten aber ganz kurz fix nachschauen, was für ein Implantat wir gekriegt haben Vor 50.000 Jahren Äh Hä? Ich zeig dir einen Gesundheitsstand von Gegnern, ja Ich zeig dir einen Gesundheitsstand von Gegnern, ja Ah Okay, wo war die andere Tür? Die war hier, ne? Autosierung gestartet Zugangsberechtigung erforderlich Okay Okay Also doch den Umweg Nice Jupp Eeeh Ito Da, danke Sooo Wir haben da Gegner, wir haben eigentlich überall Gegner, warum frage ich eigentlich Ich wünsche euch Ich wünsche euch Ich wünsche euch Ich wünsche euch Vielen Dank.